Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mark of the Ninja. Zweite Mission, wir waren letztes Mal hier in Inca Dreams und jetzt sind wir in Reaching the Perimeter, weil ich diesen Häschen angreife. Häschen? Ich glaube es heißt Häschen. Der ist derjenige, der meinen Clan angegriffen hat. Ich gehe mal auf Play. Use the breathing techniques I taught you, they will ease the pain. Let me tell you the story of the Ink and of the champions who came before you. Before the restoration, as the other clan strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to go to. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Ah, ich dachte, ich dürfte Ausrüstung kaufen. Das ist ja ein bisschen unspannend jetzt. Wo muss ich denn hin? Das stimmt. But you can wreck them all with a simple bamboo dart. Are you taking what, then? The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Sehr gut. All the lights. Watch. The alarm switch off when the guard walks past them. Ja. Or when he's dragged past them. Den mach ich fertig. Weird. The light went out. Destroy at least 20 lights. Oh, das krieg ich hin. Da bin ich gut drin. Was habe ich denn noch an Aufträgen? Reach the transformer in under a minute. Reach the top of the tower without being detected. Meine Spezialitäten. La, 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 la. Oh, ich hätte auch hier unten durchgekonnt. Was muss ich hier jetzt so... Nee, hätte ich nicht. Nee, hätte ich nicht. Was ist hier oben? Erstmal nur Alternative weg. Okay. Ach so, dieser Transformer ist es denn nicht in unter einer Minute erreichen muss. Oh, okay, das, äh... The Transformers should be close. But be careful. The catwalks are crawling with guards. So far so good. Das lief. Tada! Oh, ein Parking. Noise Maker. Remember, if a guard is blocking your way, you can try to distract him. Ja, aber doch nicht, äh, mit Noise Maker. Sondern, indem ich das Licht, äh, abschalte. Und ihn dann fertig mache. Ach so, distract, mhm, das war wieder Kill, was ich jetzt gemacht habe, richtig? Im Distracten bin ich ziemlich schlecht. Ja. Das war relativ einfach. Aber danke für den Tipp. Nein. Never. Das war nicht so, ein Sekunden. Uh, eine Challenge. Es gibt diese besonderen Challenge-Räume. Da sind Dinge drin versteckt. Nämlich diese. Zählen diese Lichter? Zu meinen zwanzig Lichtern? Nein. Äh, wohin damit? Ah. Das ist wieder... ...nicht so schwierig. Und... Oh, das war vielleicht ein Fehler. Obwohl er sieht mich da nicht. Ja, das glaube ich auch. Hoch. Nur plötzlich ein Katana... ...äh, in... ...bauch bekommen. Sehr gut. Okay, das wäre nicht gut gewesen, wenn ich das jetzt gemacht hätte. Ja. Jetzt kann ich natürlich... ...habe ich verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist da einfach so... Zack. Oh. Das war das dümmste, was ich hätte machen können. Ich habe vergessen, dass das laut ist. So leise tötte ich gar nicht. Die googeln immer alle. Es gibt übrigens die Möglichkeit, dieses Spiel durchzuspielen, äh, und... ...wirklich nur, äh... ...ein paar Leute zu töten, wo es für die Story wichtig ist. Wo es keine andere Möglichkeit gibt. Der Häschen zum Beispiel. Ähm. Aber... ...wo ist denn da der Spaß? Wow. Jetzt wäre ich fast, äh... Wo muss ich denn hin? Da hinten. Und was wäre da noch gewesen? Oh, ein Raum ohne jegliche Funktionalität. Das war nicht gut. Das war ein Imperfekt-Kill. Wer macht denn sowas? Das glaube ich natürlich auch. Und jetzt ganz schnell... Ich glaube, niemand hat mich entdeckt. Hallo? Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen fickerig. Da oben. Das gefällt mir gar nicht. Nein. Ja, richtig. Ziemlich merkwürdig, dass dieses... ...gerade dieses Licht ausgegangen ist. Mehr Schriftrollen. Schmeißen wir da runter. Der ist auch hier. Der kann nochmal aufhören, sich umzudrehen. Weil der steht jetzt auch. So. Und jetzt wird es Zeit, ein bisschen das Tempo anzuheben. Moment, wo muss ich denn hin? Nach da oben. Oh, Aura. Hallo. Also anscheinend muss ich da rein. Das heißt, es ist Zeit, sich hier umzugucken. Albern. Was ist hier? Nichts. Da ist sie doch. Hallo? Ist auch die zweite. Das heißt, ich habe noch keine... Äh... Was war's? Jetzt auch gegen Detected. Noch wurde ich nicht Detected. Aber ich muss noch ein paar Lichter kaputt machen. Mach ich. Mach ich. Ja, das macht gar nichts, weil die Lampen hier sind kaputt. Da können sie ruhig den Strom wieder anschalten. Ah, Mist. Zu langsam. Langsamer, langsamer Hoppy. Das letzte Licht. Na ja, beruhigt euch. Da ist niemand. Reach on the top of the tower without being detected. Ja. Hm. Okay, der guckt bis maximal hier. Und... Zack. Ah, das war's. Da bist du nochmal. Ich 87. Na, hat das jemanden angelockt? Ja. Und meine 20 Lichter habe ich fast. Meine 20 Lampen. Komm, komm. Der durfte auf keinen Fall diese Tür aufmachen. Dahinter waren nämlich seine toten Kumpels. Das kommt mit dem Seltenhut. Ah, hier ist der. Hätte sein können. Äh, dieser Schacht. War wahrscheinlich der, den ich fast genommen hätte. Hab ich immer noch keine 20 Lampen kaputt. Alter. Das war natürlich jetzt nicht so geil. Och nö, nicht das ganze Ding wieder. Ja, ich muss sie ja nicht unbedingt, äh, aufschrecken, wenn das nicht unbedingt sein muss. Hallo? Ich habe das Gefühl, ich habe eine Lampe weniger kaputt gemacht als eben. Achso, er zählt einfach zu langsam hoch. Kommen wir doch von hier. Nein. Ach, da war noch einer. Gut zu wissen. Gott sei Dank haben sie einen toten Gumpel versteckt. Ach, diese Musik. Alter, warum macht denn keiner die Tür wieder zu? Ich meine, ich muss hier an dem Typen vorbei. Dann mache ich doch mal ein bisschen Krach. So, und was ist mit dem Vogel jetzt? Ah. Ja, ja, ja. Wie weit bin ich denn punktumäßig? Uh. Ja, sieht gut aus. Das stimmt. Ja, 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 deswegen mach ich's nicht kaputt, äh, bevor der Strom wieder an ist. Mein, ist ja blöd sonst. Ja, 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 dann geh ich andersrum. Äh, 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 was war denn da kaputt? Die Zeit sollte doch eigentlich anhalten, wenn ich das drücke. Warum ist das nicht passiert? Äh, 18-4, Power is on. Almost back on. Naja, jetzt ist halt kein Licht mehr da, das einfach dran. Das find ich schon ganz gut. Muss ich halt... Ah, so ein Mist. Das lief so weit so gut, muss ich zugeben. Ist auf dem Bug eben. Guck mal, ob hier gleich einer rüberkommt. Ah. Ah. Sentry Gun. Ah, Bewegungsmelder. Auch. Und schon wieder, äh... Der selbe blöde Bug. Ja. 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 Das ist jetzt aber eher ungeschickt. Insgesamt. Ich meine, einen Typen kriege ich. Aber wenn die sich beide gegenseitig beobachten, ist das halt immer relativ schwierig. Ah, wenigstens Zeit. Okay. So. Wo ist denn diese letzte Schriftrolle? Da fehlt doch noch eine. Sehr gut. Schriftrolle. Ach, ich glaube die letzte Schriftrolle war in einem wirklich, wirklich blöden Raum. Ja, ja, ja. Ich lege mich doch am Arsch. Nee. Eben hatte ich die doch beide kaputt, bevor das Licht angegangen ist. Wieso diesmal nicht? Man wird es nicht mehr so gut, wenn es mehr geht. Ich kann nicht mehr so gut gehen. Sie müssen das nicht mehr gut gehen. Nicht mehr geht's. Das ist ein bisschen mehr so gut. Ich kann nicht mehr. Ich bin gut. Ich glaube, der ist einfach nur dafür da, um ihn hier runter zu kommen. So, dann habe ich das Dach bald erreicht. So jetzt, etwa. Okay, okay, okay. Na, ich habe ein paar am Leben gelassen. Wenn ich jetzt natürlich sage, play next. Nicht, dass ich das schon spielen will, aber... Ich möchte eigentlich meine Punkte langsam mal ausgeben für irgendwas. Was ist das? Ah, okay. Ähm... Ja. Okay, dann war das Mission 2. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich muss lernen, bei diesem Spiel ein bisschen mehr zu kommentieren. Entschuldigung. Ähm... Ja, es ist halt relativ schwierig, weil es für mich... Ich bin da sehr konzentriert, wenn ich das mache. Man merkt es zwar meistens nicht, aber ich bin schon sehr konzentriert. Und, naja, äh, gut. Jedenfalls dann, äh, hoffentlich bis Mission 3 und dann, äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank.